Die drei Schwestern, im Bild die drei Grazien von Raphael um 1500. Grazzi entlehnt sich in den romanischen Sprachen dem Quaker und ist damit über spätere krästliche Umwege auf die Göttinnen, die Guten, also Elben, zurückzuführen. Man erdachte sich, daß drei Untergöttinnen in dieser spätmittelalterlichen Darstellung um 1500 die Leinwand schmückten. Denn eine Stellungnahme des vermeidlichen Künstlers Raphael gibt es nicht. Das Bild wurde erst um 1700 bekannt. Die drei Schönen, die drei Grazien, sind also nicht ganz korrekt übersetzt, denn die Sprachen der Welt haben sich über alle Generationen hinweg immer wieder derart verändert, daß wir die ursprüngliche Bedeutung alltäglicher Wörter oft gar nicht mehr kennen. Die Frohsinnige, die Blühende und die Strahlende sollen den Menschen und den Göttern Anmutschönheit und Festesfreude darbieten, heißt es. Wer sich das auch immer erdachte, war nicht ehrlich oder hatte keinerlei Ahnung von den hier dargestellten drei Schwestern. Die drei Grazien stellen aus volkskundlicher Betrachtung links die Erde, in der Mitte die Sonne und rechts die Mondin dar. Sonne und Mond mittig und rechts liegen in unmittelbarer Nähe zueinander, während die Erde links in weiterem Abstand allein für sich steht. Raphaels Darstellung entspricht hier noch der alten Weltanschauung vor der kopernikanischen Wende, welche uns eine runde Erde und das moderne Weltall mit all seinen Konsequenzen nahe brachte. Die treffendsten und tatsächlich überlieferten alten Namen der drei Schönheiten sind links Anbett, die Erde, in der Mitte Borbett, die Sonne und rechts Wilbett, die Mondin. In der aus christlicher Hand gedichteten germanischen Mythologie fanden sie in gleicher Reihenfolge zu den Namen Verdandi, das Werden, Skuld, die Schuld und Urt, das Schicksal. Alle weltweit bekannten Namen für ein und dieselben drei Schwestern, welche Voreinführung des Christentums sicher die bekanntesten Frauen der bekannten Lande waren, hier zu nennen, wäre eine Aufgabe für sich. Die Christen gaben ihnen gleich mehrere Namen, um ihre Spur bis ins absolut Unkenntliche zu verwischen. Wir sehen hier unter vielen anderen links die heilende Anna, in der Mitte die heilende Barbara und rechts die heilende Katharina. Ihre am treffendsten überlieferten Namen übersetzen sich allgemein verständlich sehr leicht. Links Anbett, die Einigkeit und Mutter Erde, in der Mitte Borbett, die schmeichelnde Muttersonne und rechts Wilbett, die wechselhafte Mutter Mondin. Ihr gemeinsamer Nachname Beth, die zweite Wurzel in ihren Namen, bedeutet ewige Hilfe. Ihre Erzählungen reichen wohl weit über die Antike hinaus. Anbett Die liebe Anbett zur Linken verkörpert die Erde. Sie ist die Unschuld, der kupferne Lindwurm. Geburt, Liebe und Fürsorge sind ihr bestreben. Sie wurde von ihrer Schwester Borbett in der Mitte um ihr Erbe betrogen, weshalb sie von Raphael mit den Zeichen der Unschuld dargestellt wurde. Sie trägt als einzige ein leichtes Tuch um die Scham und jene Kette, die bei ihr nur schwach im Haar zu sehen ist, zeigt keinen Quast. Die Ketten, die bei ihren Schwestern deutlicher zu sehen sind, stehen für das weibliche Geschlecht. Der Quast, welcher nur bei Borbett und Wilbett in Rot und Grün zu sehen ist, stellt das männliche Geschlecht dar. Es ist das alte Bildnis für die sexuelle Liebe zwischen Mann und Frau. Die Zeugung. Des Weiteren der Unschuld verdeckt Borbetts Arm die bloßen Brüste Anbetts, während die Brüste ihrer Schwester Wilbett nicht verdeckt werden. Auch hat Anbett als einzige den Blick von ihrer Kugel, der Erde, abgewandt, denn sie war nicht wachsam, als Borbett sie mit Wilbetts Duldung um ihr Erbe betrog. Die beiden Schwestern hingegen haben die Blicke fest auf ihre Kugeln gerichtet. Die in europäischen Sagen viel benannte bildliche Blindheit Anbetts wurde hier vom Künstler unscheinbar, aber treffend gemalt. Die unschuldige Anbett, Mutter Erde, welche um ihr Erbe betrogen wurde und dadurch um einen erheblichen Teil ihrer Fruchtbarkeit bestohlen ward. Borbett Borbett, die liebe Sonne, in der Mitte des Bildes, erfüllt den Tag. Sie baute den Turm und trägt das goldene Schwert. Ihr warmes und lichtes Bestreben ist blendend und verzehrend. Schmeichelnd verdeckt sie ihre Herrschsucht. Borbett trägt ihre Kette im Haar, als Netz um den Kopf gebunden. Dies, wie auch der aufwendig geknotete Dutt ihrer Haare oder ein Netz, weisen auf ihren verstandesgeprägten Geist hin. Sie verabscheut das Gefühl und legt alle Frucht in den Intellekt. Die sexuelle Zeugung findet bei ihr also im Kopf statt, wie es Raphael so treffend durch die Kette und Quast darstellte. Der Quast an ihrer Kette ist interessanterweise rot und deutlich kleiner als der grüne Quast bei ihrer Schwester Wilbett zur Rechten. Rot wie Borbetts Sonnenfeuer und klein, da ihr selbstsüchtiges Verhalten ihre eigensinnige Potenz schwächt. Ihr nackter Po bietet sich dem Betrachter geradezu an, und ihr aufwendig geknoteter Dutt deutet auf Borbetts gestalterische Hingabe. Sie ist materiell geprägt, sieht sich daher auch gern im Mittelpunkt und blendet mit ihrer wohligen Wärme im Schein ihrer Reize. Sie soll unzählige Gesetze geschrieben haben, ohne sich an sie zu halten, und ihre Missgunst entflammte die ersten Kriege, heißt es. Dass ihre Kugel, die Sonne, in einer Linie über den Kugeln ihrer Schwestern liegt, verdeutlicht ihre herrschaftliche Rolle in der Welt. Ihre Verblendung ist bis heute allgegenwärtig. Die betrügerische Borbett, Mutter Sonne, welche ihre Schwester Anbett um ihren Erbteil betrog und die Welt in Krieg und Missgunst trieb. Wer sich in der Volkskunde und vergangener Symbolik auskennt, kann vor der versteckten Sprache Raphaels einzig nur den Hut ziehen. In diesem Werk stecken 1000 Jahre Geschichte, die teils nur archäologisch zutage treten, da sämtliche antiken Schriftquellen zu Zeiten Raphaels beim klösterlichen Kopieren im Original verschwanden. Wilbett Zur Rechten erblicken wir die liebe Wilbett. Sie ist das Juhl, die Zeit, verkörpert durch das Rad. Voller Emotion und Gefühl ist sie wechselhaft in stetem silbernen Willen. Ihre Kugel, die Mondin, zieht mit der Sonne ihre Bahn, welche Wilbett dazu verleitete, in vereinter Kraft durch Borbett ihre Schwester Anbett die Erde zu betrügen. Dass Mondin und Sonne weit entfernt, also weit über der Erde ihre Bahn ziehen, ist in zweierlei Hinsicht verdeckt aufschlussreich. Das Verhältnis erklärt, warum die Mondin beim Aufgang für den Menschen so groß erscheint und im Laufe der Nacht immer kleiner wird. Hinzu kommt, dass Raphael die Mondin ganz außen im Bild stehen lässt, weiter von der Erde entfernt als die Sonne. Die kopernikanische Wende ist zu Raphaels Zeiten ein großes Thema und erschüttert die Welt in ihren Grundfesten. Ein Ereignis, dessen Auswirkungen und Kraft wir uns heute nicht mehr erinnern. Wilbett ist wechselhaft, wie die Mondin zu- und abnimmt, und sie erfüllt die Nacht. Ihr stetiger Wandel drückt ihre starke Emotionalität aus. Sie ist die Heilung, was Raphael durch die grüne Hoffnung ihres kräftigen Quastes zum Ausdruck bringt. Sie trägt ihre Kette um den Hals als Zeichen ihrer Hingabe. Ein zarter Zopf hält ihr Haar und könnte auf den Hof der Mondin deuten. Als einzige der drei Schwestern zeigt sie ihre ganze unverdeckte Weiblichkeit. Kaum wurde Wilbett für den Raub an ihrer Schwester Anbett ausgenutzt, wird auch sie von Borbett betrogen, welche finstere Kunde über Wilbett verbreitet, sie sei verflucht und die Herren über böse Geister. Die Menschen fürchten sich seit jener Zeit vor der Nacht, wurden um ihre natürliche Heilung betrogen und gerieten tiefer in Borbetts blendende Abhängigkeit. Wilbett, die Mondin zur Rechten, ist emotional wechselhaft, Mutter des guten Volkes und der Heilung. Sie war unfähig, ihre geliebte Schwester Anbett vor dem Betrug Borbetts zu bewahren. Die Erzählung vom guten Quell, dem Ursprung der Sagen, erzählt die mögliche Geschichte der drei Grazien. Sie ist verworren und tiefgründig, hunderttausendfach an heimischen Herden über Generationen hinweg erzählt. Sie prägte die weltweite Kultur und veranlasste die Söhne Borbetts, in einem Krieg gegen alles Leben zu ziehen. Die Dreifaltigkeit der Schönen verbirgt ein gut gehütetes Geheimnis. Einzig immer wiederkehrende Attribute erschüttern jede kulturhistorische Statistik. Unzählbar sind die Stimmen der Jahrhunderte. Erst aus Angst verschlüsselt, dann zum Schutz verschwiegen und heute längst vergessen. Die Frohsinnige, die Blühende und die Strahlende sollen den Menschen und den Göttern Anmut, Schönheit und Festesfreude darbieten, heißt es. Wer sich das auch immer erdachte, war nicht ehrlich oder hatte keinerlei Ahnung von den hier dargestellten drei Schwestern. Genau. Töne. dispositiv. Es gibt eine erste Dramatische Vielen Dank.